Fanta ist eine entfrischende Getränke mit Fröger Geschmack, ist eine Marke der Firma Coca-Cola, die nach der Firma Kamin Coca-Cola in Deutschland auf Gehlenburgda und Burgdagemach. Und warum berühmt das vorrende Produkt auf dem Markt zu erzielen, war Coca-Cola. Dies ist das Image der Marke in dem Beginn. Tagzeit bist das Produkt vermarktet und nicht so traditionell wie Coca-Cola und ich gehöre traditionell Geschmack. Das ist von Orange. Dies ist das Bild, das wir bis jetzt. Deutschland ist eine der Länder, das ich mag bisschen, denn neben dem Sprech ist ein Ort interessiert vorzulegen, weil es im Land mit einem stabilen und vorgeschnittenen Wirtschaftsland ist, sind sie Beschäftigungsmöglichkeiten, aber mein Hauptinteresse in zu lernen die Sprache ist gut. Wir haben das Bild, da haben wir gerade gew erlebt. Wir haben die Prüfung, wir werden die Sprache auf dem yea, der wir über die Sprache haben, Berlin ist die Sprache so weit wie möglich. Dann ist das Bild, aber das Bild nach.